Hi, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Resident Evil Zero und wieder an der selben Stelle, ich habe nochmal die Viecher kalt gemacht gehabt und um ehrlich zu sein, ich muss jetzt mal überlegen, es gab hier noch einen Raum, da waren nochmal so Viecher, ich glaube das war hier hinten und bevor man, warte mal kurz, kann ich vielleicht mit ihm hier die Ketten irgendwas machen? Okay, kann ich nicht, aber hier unten gab es noch was und ich glaube ich, ich muss mir echt wieder angewöhnen mit Steuerkreuz zu spielen, das ging damals wesentlich, also früher wesentlich einfacher, da habe ich nur damit gezockt oder mit dem Steuerkreuz gezockt, nicht mit den Sticks, der Käfig zur Aufzucht von Tieren, er ist schwer hochzuheben, okay gut, er kann das also leider auch nicht hochheben, aber irgendwie müssen wir das doch schaffen und ich würde am liebsten noch crouchen, um zu sehen, ob ich da irgendwie rankomme, was ich jetzt aber mal machen werde, bevor ich da hingehe, weil ich glaube, das ist schon im nächsten Raum, ich lasse sie mal hier, weil sie ist doch ein bisschen sehr anfällig zum Sterben. Das ist ein bisschen Scheiße. So, auf geht's, rein da. Okay, hier waren bloß die Krähen. Au, 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 au. Nein, 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 nein. Oh Gott. Okay, okay, okay. Die chillen, alles klar. Wunderbar. Alter. Na? War das jetzt schon hier? Das hört sich so an. Wow. Hä, willst du mich verarschen? Warum leben die noch? Alter. Okay, ich lasse das jetzt so. Das ist leider in dem Spiel. Manchmal vielleicht so, aber ohne Scheiß. Okay, da haben wir noch mehr Munition. Aber wenn ich das jetzt bloß für die Munition gemacht habe, ich würde am liebsten neu laden. Außerdem, ich habe keinen Schuss mehr, ne? Natürlich habe ich keinen Schuss mehr. Okay, wir legen sie hier mal ab. Jawohl. Ich habe auch selber keine Waffe mehr. Die habe ich natürlich woanders zurückgelassen. Aber da kann ich mich wenigstens mal hier in Ruhe umgucken. Vielleicht finde ich jetzt noch irgendwas, was nützlich ist, wie dieses Zahnrad. Die Zahnräder gehören sicher zur großen Uhr. Sie scheinen keinen besonderen Merkmale zu haben. Ich meine, wenn du dir so sicher bist, warum nimmst du sie nicht mit? Eine massive Uhr. Der Minutenzeiger scheint zu fehlen. Okay, ich muss also einen Minutenzeiger fehlen. Ich hätte hier so oder so nochmal reingemusst. Also es ist schon, ja, notwendig, dass ich die jetzt abgeknallt habe. Was ich halt bloß ein bisschen scheiße fand, die ersten konnte ich mir jeweils mit einem Schritt wegballern. Und da dachte ich so, okay, dann kannst du ja nochmal ganz gemütlich, ganz gemütlich zu dem Assi auf dem Locus gehen und den dann wegballern. Nein, natürlich nicht. Das soll mir nicht vergönnt sein. Da werden wir aber, denke ich mal, trotzdem nochmal hingehen. Und ich hoffe, der folgt uns nicht. Also das muss er halt wieder cut machen, weil ich möchte mir echt die Speichermöglichkeit noch aufheben. Aber wir haben erstmal wieder ein bisschen mehr Munition. Und wir haben das Teil ja sowieso, das habt ihr ja in der letzten Folge schon gesehen gehabt. Ähm, Madamechen. Nein, weiter kurz. Sie ist ja noch hier. Sie kann ja gleich mal mitkommen. Du willst mir jetzt nicht sagen... Sie ist immer noch hier unten, ohne Scheiß. Ne, 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 ne. Och, Mann, ist das... Willst du mich verarschen? Hier ist es bei welcher Sitz wechsel. Okay. Alter, ich dachte schon, das wird jetzt so ein Endlosspielchen werden. Ich gehe jetzt nochmal in unseren Raum hier rein, wo ich meinen anderen Scheiß zurückgelassen habe. Ist zwar ein bisschen schade um einen Granatwerfer, ich hoffe, ich merke mir das, wo der liegt. Und das wir ihn vielleicht nicht unbedingt brauchen. Aber auf dem Klo habe ich ja auch nichts weiter gefunden, außer jetzt Heilpflanzen und Munition, glaube ich. Deswegen... Und ihr möchte ich die Waffe ganz gerne noch lassen. Und die Uhr... Warte mal. Diese Standuhr ist scheinbar kaputt. Sie tickt überhaupt nicht mehr, ja. Ja, ja. Okay, hier kommen wir auch noch nicht rein. Haben wir mit den Bildern noch irgendwas. Diese Gemälde sind nicht mehr verpackt. Sie sind einfach achtlos aufeinander gestapelt. Ja, mein Gott, es sind halt viele, ne. Okay, hier komme ich natürlich nicht rein. Da brauche ich noch ein Wasserzeichen. Als erstes Messer kann ich da liegen lassen. Ich werde aber erstmal... Äh, warte. Okay, gut. Dann kann ich das Messer doch mitnehmen. Nur zur Vorsicht. Ich werde es wahrscheinlich nie einsetzen, weil... Ich weiß nicht... Bei Resident Evil ist das so eine Sache. Das war für mich schon früher so gewesen. Nahkampfwaffen... Äh. Generell in so alten Horrorspielen oder auch in neuen Horrorspielen Nahkampfwaffen... Nein, es sei denn, du kannst Schleichangriff von hinten machen. War aber damals, glaube ich, bei keinem Spiel der Fall. Ähm... Da muss ich sagen, gerade bei Resident Evil hat... Das ist einfach scheiße. Das ist totale Notlösung. Das... Das für mich hat es nicht funktioniert. Vielleicht habe ich auch zu wenig Skill dazu. Oder so. Äh... Das war bei, äh... Zum Beispiel Silent Hill 2. Bei 1 vielleicht nicht mal so, aber eher bei Silent Hill 2. Irgendwie ein bisschen besser gelöst. Na gut. Wir haben auf jeden Fall das hier noch. Aber das hat ja auch nicht so gekla... Okay. Die sind... Die sind aber noch nicht gleich, ne? Nee. Ich möchte keine Stadt entfernen. Und ich möchte das gerne so lassen. Jetzt muss ich aber erst mal auf die Karte gucken. Wo waren das Logos? Das war da unten gewesen. Wünscht mir Glück. Ansonsten... Ja. Gibt's mal... Wieder einen Cut. Ich würde das Fisch sehr gerne umbringen. Aber ich bin einfach mal in der Hoffnung, wenn ich da jetzt reingehe, das Zeug hole und dann wieder rauslatsche, dass das uns nicht hinterherkommt. War zumindest früher... Gott sei Dank so der Fall gewesen. Außer bei... Ich glaube, außer bei Nemesis. Äh, warte. War das hier schon gewesen? Ja, da hinten kam ich... Ja, da hinten kam ich ja nicht rein. Gut. Zug brauchen wir sowieso nicht mehr. Der Zug ist im Arsch. Äh, ich möchte aber gerne noch mal gucken. Er ist nicht voll. Ich hoffe, sie hat auch noch einen Sprecherplatz. Gibt unterwegs noch ein bisschen Munition. So. So, ich hin. Grüße. Aber was anderes habe ich hier auch nicht, ne? Dieses Becken ist unglaublich schmutzig. Es ist ewig nicht benutzt worden. Na ja, mein Gott. Das Spissbecken... Ja, was soll's? Ach so. Toll. Äh, warte. Ich wechsle mal auf sie. Unsere Heilkundenspezialistin. Ich hoffe, sie hat noch Platz frei. Natürlich nicht. Was können wir ihnen da noch mal kurz geben? Äh, ja, hier, dir. La, la, la. Ist das jetzt die Pflanze, die so geblinkert hat? Oder ist hinter der Pflanze noch... Ne, ist nicht mehr, Alter. So, Madamechen, du wirst mal ganz kurz das hier kombinieren. Und wir nehmen halt notfalls noch Benzin mit, denn ich kann's immer noch zurücklassen. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Ist zwar relativ im Arsch, aber ich hoffe, dass wir dadurch schnell rauskommen. Mit ihm. Bitte, 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 bitte. Okay, und sie kommt nicht hinterher. Äh, sie. Also es. Also, ihr wisst schon. War ich hier eigentlich schon? Das kommt mir relativ neu vor. Ach, bin ich dumm. Ist der Weg zur Halle. Alles klar. So, hier müssten wir eigentlich noch ein paar Objekte haben. So, Frage. Jetzt geht's ja los. Mit den Ritzeleien. Ähm, ich habe jetzt die Statuetten benutzt. Die Waage ist nicht wirklich ausgeglichen, aber ich habe jetzt eine Streiter gefunden. Durch den Raum komme ich nicht durch. Durch den Raum komme ich nicht durch. Da brauche ich einen Schlüssel. Bei den Rittern kann ich auch eine Streiter machen. Also, wohin? Das Ding ist ja, ich will euch ja auch nicht... Wann mal, geht's auf dem Dach noch irgendwas? Ah, jetzt verstehe ich, wer ist mit der Objektliste. Alles klar. Okay, cool. Äh, Problem ist bloß, bei den Rittern komme ich ja nicht durch. Bei den Rittern komme ich nicht durch. Da komme ich auch nicht hin. Das war's mit dem Fahrstuhl, glaube ich. Boah. Also, ich glaube, eventuell in den Rest der Folge könnte das sein, dass ich halt jetzt sehr lange rumlatsche, aber ich will das halt ungern rausschneiden. Das gehört halt irgendwo zum Spiel dazu. Ich habe noch ein Deer-Ding, wo ich nicht weiß, wohin damit. Und ich glaube, bei dem Teil da oben sind wir auch noch nicht fertig, weil normalerweise macht's ja Klick und hast nicht gesehen. Oder ich kann mir auch sehr gut vorstellen, wenn ich das richtig austariert habe, dass dann hier ein Gang lang geht oder so. Ein Liris-Porträt, ja, das wissen wir schon. Deswegen, äh, keine Ahnung. Halt, 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 halt. Hier haben wir noch ein Porträt, aber ein Liebespaar, ja. Wo kamen wir denn hier hin? Ich meine, ich habe das erst gestern gespielt, aber irgendwie... Oh Gott. Au. Au, warum? Alter, lass nicht sterben. Bitte nicht sterben. Bitte nicht sterben. Ganz ruhig. Haben wir ja. Ein uralter Kamin. Er ist nur noch ganz, äh, nur noch ganz wenig Asche. Nein. Nein, 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 nein. Auch bitte nicht umbringen, bitte nicht umbringen. Warte, 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 warte. Warte. Okay, die Viecher. Ich will meine Muni da nicht für verschwenden. Oh Gott. Warte. Alles klar. Ausrüsten. Sie wird gleich schießen. Nein, ich wollte wechseln. Entschuldigung. Ähm, hallo? Ich hab besser 15 Schuss. Und ich will den nicht an die scheiß Kree verwenden. Okay. Äh. Alter, alter, alter. Warum sind das so viele? Okay, eins. Warum macht sie nix? Scheiße. Das war scheiße. Das ist wahrscheinlich das... Oh, alter. Warte kurz, warte kurz. Ah, ist wieder so eine Scheiße. Also man kann das auch per Kurzbefehl machen. Das kriege ich jetzt erst mit. Das ist sehr schön, aber... Ich will mich hier in Ruhe umgucken. Warum macht sie nichts? Ist sie du... Alter, ohne Scheiß. Sie hat eine Waffe. Warum wehrt sie sich nicht? Kann schon. Oh, ernsthaft? Es war wahrscheinlich das Dümmste, was ich im ganzen Spiel machen kann, aber... Äh, nein. Ich glaub, das ist der einzige Raum, wo ich mich noch nicht vernünftig umgesehen hab, oder? Kann auch sein, dass das total für den Arsch war. Dann... Naja. Wäre nicht das erste Mal. Macht's ja nur noch interessanter. Hilfe. Ich kann mich jetzt nicht rausreden, dadurch, dass das spät ist. Oder so. Loll, von dir hab ich doch gekommen. Es muss doch in diesem Scheißraum irgendwas geben, oder? Und wir jetzt sind hier nur noch gepfichert. Alter, ich hätte mich so... Ich bin extra da hingegangen, um diese 15 Schuss zu holen. Das war's. Warte kurz. Da ist ein Spiegel. Und eine Kommode. Okay, da können wir nichts machen. Wenn ich... Wenn ich echt Pech hab, dann war es alles wie Katz. Ah, die Pflanze ist verweckt. Ja, super. Den Kamin können wir aber auch nichts machen. 1,0. Einen Moment. Vielleicht haben wir Glück. Ne. Schade. Hätte ja sein gekonnt. Hier hängen Bilder schief. Ich glaube, hier ein Pferd. Aber das ist... Es ist komplett unwichtig. Fuck. Der ganze Raum ist unwichtig. Warum? Oh, Mann. Aber ich mein, wir haben jetzt alle Kreaturen. Bis auf den Bobby da im Scheißhaus. Aber der kann da meinetwegen verrotten. Das ist mir egal. Ähm. Haben wir untersucht. Ich meine, das ist... Ich weiß nicht, ob das für euch relativ scheiß ist. Weil so viel Skill hab ich nicht, dass ich jetzt versprechen kann, alles klar, in jeder Folge komme ich irgendwie total weiter oder so. Ähm. Das möchte ich einfach nicht versprechen, weil ich kenne mich nicht versprechen, weil ich kenne mich. Sorry, aber ich kenne mich. So. Das Ding ist, warum kann ich hier noch mit interagieren? Man sieht ja, es ist noch nicht im Gleichgewicht. Es ist noch nicht im Gleichgewicht. Von hinten kann ich auch nichts irgendwie. Ich versteh's gerade nicht. Ist das die Tür? Warte kurz, warte kurz, geh mal kurz weg. Die Tür ist erschossen. Aber es ist nirgends ein Schlüsselloch zu sehen. Oben ist das Bild einer Uhr. Okay, wahrscheinlich müssen wir diesen einen Zeiger finden. Was ist denn das da? Da blinkt was. Okay. Wir müssen wahrscheinlich diesen einen Zeiger finden, um dann die Uhr richtig irgendwie einzustellen oder so. Und damit... Wo geht's denn hier eigentlich nochmal hin? Ah, lol. Nee, danke. Damit wir die Tür öffnen können. Aber wo finden wir jetzt den Zeiger? Ich hoffe mal nicht draußen, weil draußen war echt scheiße. Sind wir ehrlich? Draußen war echt scheiße. Oder wird's scheiße, wenn ich dann tausendmal versucht, die Kräne abzuballern? Das ist eigentlich der Fehler. Das hab ich in keinem Teil gemacht. Okay, das stimmt nicht ganz. Ich hab's am Anfang mal gemacht, aber danach hab ich mir das eigentlich abgewöhnt. Ich wollte einfach mal gucken, hab ich jetzt den Schriebs eigentlich hier noch? Ja, hab ich schon. Okay. So, jetzt wird's auf jeden Fall tricky. Da war der Fahrstuhl, den wir an sich ja nicht mehr brauchen, weil wir können auch so oben hängen. Oh Gott. Ich sag mal so, ich hab ja... Also, laut dem... Wie ich das jetzt seh, ich will ja mal 20 Minuten Folgen machen. Ist jetzt nicht mehr so lange. Da hinten komm ich eh nicht rein. Da guck ich jetzt noch mal ein bisschen rum und... Einfach um das Ganze nicht zu lange zu ziehen. Ich lass diese Aufnahme zwar laufen, aber... Ja, pfff... Mal schauen, ob ich dann großartig weiterkomme. Alter Junge. Haben wir hier nicht noch irgendwie was? Mit dem Computer wurden vermutlich Datenbanken durchsucht. Jetzt ist er völlig verstaubt. Kann ich vielleicht hier... Wozu auch die Mikrofilme verwenden? Ich hab das abgewandt. Oh, hier ist eine Tür. Ah, okay. Und hier hab ich bloß noch den Aufzug. Hab ich hier noch irgendwas anderes? Kann ich das vielleicht hier aufmachen und ein übelstes Waffenarsenal rausholen? Nein, das... Ach. Das tut mir selber weh. Tut mir leid. Ja. Okay. Ich wollte mich doch noch weiter umgucken. Ich dachte... Sorry, die scheiß Tür ist aber so riesig. Ich dachte, das wäre ein Schrank. Okay, hier war nichts weiter mehr. Er hat hier irgendwas mit Büchern noch gehabt, aber... Das Bücher kann ich ja... Okay. Weil ich hätte das cool gefunden, hätte ich jetzt irgendein Buch finden müssen. Das packst du da rein, als Hebel oder sowas. Und dann hast du irgendeinen Geheimgang, dass du da an irgendeinen Ort kannst. Und ich kann jetzt das schon mal am Ende der Folge sorry sagen, aber dass wir jetzt eigentlich nichts geschafft haben. Alter, geh doch mal hier um die Ecke. Ja, was haben wir geschafft? Gut, wir haben die Dinger da, die Viecher da abgeknallt. Dann haben wir uns die Munition geholt, auf die ich mich gefreut habe und... Ja, auch wieder total verschwendet. Deswegen also, es kann gut sein, dass ich nach der Folge jetzt dann so ein bisschen weiter alleine marschiere. Und dann mal weitergucke. Also, ich... Bäh... Noch ganz kurz mal... Wir hatten noch diesen einen Raum, wo uns die 240. gegen gekommen sind. Ich weiß gar nicht, ob ich den wirklich weiter beleuchtet habe. Aber hier fehlt noch was. Also, mir kommt es mir vor, als ob hier noch eine weiße Statue fehlt. Jetzt fange ich schon wieder an, mit den Sticks rumzulassen. Ohne Scheiß. Steuerkreuz. Bei alten Spielen auch, wenn die neu aufgelegt sind. Spielt mit Steuerkreuz. Ist bloß meine Meinung dazu. Aber, wer es von früher erkennt, man ist... Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist das besser. Vielleicht bei die Steuerung an sich ein bisschen näher ist. Okay. So. Ich gucke mal hier rum. Hier haben wir nichts. Das ist halt sehr auffällig, aber... Öfters mal so eine Passagen, die eigentlich dann doch nichts zu bedeuten haben. Aber auch nichts. Von der Seite habe ich den Tisch noch nie untersucht. Ich weiß nicht, ich habe eine Uhr, wo ein Zeiger fehlt. Da muss ein Zeiger rein. Und ich habe eine Uhr, die... Ja, seit Ewigkeit nicht mehr mehrere... Was? Kochhutzeiten stehen in der Theke. Das muss die Küche sein. Ich will nicht wissen, was uns da erwartet. Für einen leckeren Schmaus. Wo ist aber denn hier noch? Der Wasserhahn ist rostig. Rostig doch kein. Entschuldigung. Aber... Da kann sein, dass die Folge 1, 2, 3, 4 Minuten länger dauert, aber... Ja, dann... Mann. Ihr wisst doch. Ihr wisst doch, wie es ist. Überaus, den muss ich erstmal wieder gucken, auch wenn es am Tag danach war, wo ich jetzt nochmal reinkam. Manchmal ist mein Kurzgeldgedächtnis echt für den Arsch. Ernsthaft. Nein, fick dich. Alter, du Bastard. Du hast eine Waffe, warum schießt sie nicht? Geh mal weiter hier. Ernsthaft. Alter. Frau. Ey, das ist nicht... Kann das sein, dass ich sie nicht mit der Scheißwaffe ausgerüstet habe und dass sie deshalb nichts macht? Steh auf, du Penner. Tschüss. Ey, das... Oh Gott. Deshalb schießt sie nicht. Okay, hab ich... Oh Gott. Läuft super, läuft super. Oh, dann nehme ich sie mal, dann kann sie mehr Benzin mitnehmen, obwohl ich keine Flaschen mehr habe. Ich glaube, ich brauche Flaschen dazu. Ja. Kriegst ein bisschen Wasser erreicht, aber ohne Scheiß. Guck mal, hier war noch eine Leiter nach oben. Oh, da war doch auch nichts weiter. Oder kam ich darauf irgendwo hin? Oh. Oh. Ich glaube, wir Zeit. Ich werde es nicht zu sehr überspitzen. Ich meine, jetzt bin ich alles durchgegangen und dann kann ich mich wenigstens an einer Stelle begrüßen. Wo wir auch wieder weiterkommen. Denn ich weiß, für mich ist es zwar neu, für mich ist es auch nicht schlimm, das Ewigkeiten zu machen. Ich meine, ihr könnt mir gerne mal schreiben, wie das für euch ist. Ob das okay ist für euch, dann dieses ewige lange Latscherei zu sehen oder ob wir dann doch eher so hintereinander weg gerne. Ich werde es dann zwischen den Folgen auf jeden Fall nicht schneiden. Aber wenn ich dann echt nicht weiterkomme, dass ich auf jeden Fall bei der neuen Folge weiterkomme. So, alles klar. Also wie gesagt, sagt mir bitte eure Meinung. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen, auch wenn jetzt nicht so viel passiert ist. Und wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder bei einer neuen Folge von Resident Evil Zero. Bis denn. Bis denn. Bis denn. Bis denn. Bis denn.